Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch eine richtig spannende Dividendenaktie dabei mit über 11% Dividendenrendite und ja, so der nette Nebeneffekt ist auch noch, sie sind hier im Pennystock-Bereich, was den Eurobetrag betrifft, zahlen trotzdem eine solide Dividende, die auch gedeckt ist. Wir schauen uns das Ganze gleich zusammen an, gehen auf die wichtigsten Kernzahlen und Kennzahlen ein und schauen uns auch den Qualitäts- und den Wachstums-Check an. Also bleibt dabei, wird auf jeden Fall mega spannend und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein ins Video, um welche Aktie es heute geht. Ja und die Aktie, die ich für euch heute dabei habe, ist die Vodafone Group. Vodafone steht ja aktuell bei einem Kurs von 0,83 Euro circa. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 22 Milliarden Euro. Dieses Jahr eine Dividendenrendite von 8,2%. Wir müssen aber schauen, was sie für das vorangegangene Jahr ausschütten. Da kommen wir gleich drauf, das sind eben über 11%. Wir haben hier aber ein sehr, sehr gutes KGV, Kursgewinnverhältnis von 9,93, sind also sehr gut bewertet momentan und haben hier einen Gewinn pro Aktie von 0,08 Euro. Das sind mal so die kurzen Kernzahlen. Und jetzt springen wir mal auf den Chart zusammen. Wir sehen, im Wochenchart sind wir relativ seitwärts gefahren und wenn wir uns den Jahreschart anschauen, dann ging es natürlich schon ein Stückchen abwärts. Aktuelles Hoch aufs Jahr waren 1,13 Euro. Wir stehen jetzt, wie gesagt, noch bei 0,83. Also wir haben ja schon so einen gewissen Abwärtstrend. Der konnte aber jetzt gestoppt werden. Wir hatten hier einen Tiefkurs bei ungefähr 0,74. Hier sind wir aber zweimal grob angelaufen und der Kurs konnte wieder drehen. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall wieder in etwas besserem Fahrwasser, sind in der Seitwärtsphase gerade noch etwas gefangen. Man muss schauen, ob der Ausbruch nach oben gelingen kann. Jetzt schauen wir uns natürlich auch die Kennzahlen zusammen an hier von Vodafone. Natürlich auch immer wichtig, uns anzuschauen, wo geht denn die Reise hin. Der Gewinn soll hier dann auch für die kommenden Jahre nochmal gesteigert werden, aber eben für dieses Jahr, ja, beziehungsweise für dieses Jahr noch etwas mau im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch soll der Gewinn etwas gesteigert werden und auch die Dividende, ja, soll in einem ähnlichen Rahmen bleiben. Geht etwas nach unten, aber prozentual immer noch über 8%. Natürlich Vodafone, glaube ich, schon etwas heißeres Eisen, was das ganze Thema betrifft. Wir haben jetzt nicht so den beständigen Umsatzwachstum und auch jetzt nicht den beständigen Gewinn pro Aktie. Dennoch haben wir eine sehr, sehr schöne Dividendenrendite mit Zahlen, die okay sind. Also sie sind nicht überragend, sie sind jetzt aber auch nicht grottenschlecht, sondern okay. Wir sehen es auch hier, der Cashflow-Aktie, der konnte weiter ausgebaut werden auf 0,64 Euro. Der Umsatz hier, der konnte leicht gesteigert werden um 1,92%. Das sind mal so die Kernzahlen. Was für mich okay ist, ist die Eigenkapitalquote, die konnte erhöht werden auf 42,16%. Der Verschuldungsgrad ist schon noch höher mit 137%, konnte aber auch etwas abgebaut werden im letzten Jahr. Und wenn wir uns jetzt hier die Margen anschauen, dann sind die schon sehr, sehr gut. Die Abit-Marge bei 32, die Eigenkapitalrendite, die war sehr, sehr stark. Mit 17,76 und die Gesamtkapitalrendite ebenso, gerade wenn wir es mit den Vorjahren betrachten, bei 9,12. Also das ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Und wir schauen uns jetzt eben auch gemeinsam den Wachstums-Check an und den Qualitäts-Check. Wir haben hier immerhin 8 von 15 Qualitätspunkten. Wir haben im Thema Wachstum und Stabilität des Wachstums eben nur 2 von 4 Punkten, weil wir einfach eher so ein bisschen stagnieren. Wir haben es gesehen auf die letzten 5 Jahre so um die Nullrunde rum. Die Eigenkapitalrendite mit 8% ist okay. Was hier sehr gut ist oder im positiveren Rahmen ist die Netto-Gewinn-Marge mit über 10%. Beim Rest konnte man nicht so ganz abräumen. Also ein von drei Profitabilitätspunkten. Die Kursentwicklung, also die Volatilität liegt hier nur bei 3,4% aktuell, also etwas geringer und die Finanzverschuldung bei 39%. Also wir haben gesehen natürlich, dass der Verschuldungsgrad schon höher ist, aber zumindest eine etwas höhere Eigenkapitalrendite natürlich, wenn auch eine über 50% wünschenswert wäre. Was wir uns jetzt noch anschauen ist, der Dividendencheck, der fällt so lala aus. Im Durchschnitt auf die letzten drei Jahre eben 10,9%, also die knappen 11% Dividendenrendite im letzten Geschäftsjahr eben auch. Im nächsten Jahr, also in diesem Jahr erwartet man so 8,5% circa. Wir haben allerdings eine Kontinuität nur von einem Jahr. Also man sieht, man schwankt doch etwas hier in der Dividende und die Dividendenstetigkeit auf 10 Jahre liegt aber zumindest bei 100%. Dividendenwachstum gab es hier eben keins. Ich habe schon gesagt, wir haben natürlich hier keinen stetigen Zahler auf die letzten 5 Jahre mit minus 10% und auf die letzten 10 Jahre mit minus 8,6%. Wir haben hier eben auch keine Stabilität im Umsatzwachstum und alles in allem deswegen nur die 7 von 15 Dividendencheckspunkten. Also es ist eine Aktie, die ist okay, sie kann man mit einem Risiko, denke ich mal, mit reinnehmen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr zu wo davon denkt. Ja, natürlich, wir haben auf der einen Seite die höhere Dividendenrendite. Wenn uns das Ganze aber das im Kurs schluckt, dann bringt uns das auch nicht viel. Man muss eher gucken, wie dann der Ausblick ist, dass hier nichts weiter passiert. Es ist auf jeden Fall ein gutes Stück Risiko mit dabei. Dennoch, wie gesagt, mit einer attraktiven Dividende. Und mich würde echt eure Meinung interessieren, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Drückt noch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Und bis zum nächsten Mal.